Sieht, ich habe vier Packs dran, ja und man kennt es ja daraus, aus so einem Pack zieht man ja auch mal etwas Gutes und das Toll-Event ist ja im Moment und deswegen sage ich, wir machen die Packs auf, Packs numero eins. Geht nicht durch, ist scheiße, muss man sagen. Zwei Bundesliga-Spieler, Anderson und Dragjovic. Ich die Besten, jetzt das hier. Oh, Tor. Noll, Leute. Einfach nur Noll. Und da kann immer noch etwas Gutes dahinter sein. Ja, William, Jose, aber einfach Pogba gezogen. Digga, es lohnt sich, wenn man ein paar Packs von denen macht, Leute. Da habe ich mal, na, na was, die war auf der Coop-Stage, ähm, gemacht, aber mal gezogen da raus. Ja, und jetzt hier das zweite Coop-Stage. Guck mal, gar nix. Den habe ich auch abgegeben. Aber einfach, LOL, wir haben, ähm, Pogba gezogen. Und jetzt das letzte. Bitte walk out. Walk out. Puh, ist das einer? Ja, auch ein gutes Pack, muss ich sagen. Das würde es sich lohnen, es hochzuladen. Also, dann tschüss, euer Jan. Wir Carbon, auf départ. Ich wäre mir möglich.